alle ergebnisse und herausforderungen sind hier ich hänge papa fernandos bild später auf oh raleighelm raleighelm Oh, ein M-Coupier. In 200 Metern links abbiegen. Es muss doch Asphalt sein da oben, oder? Links abbiegen. Ja, gut, ist es auch. Nein, nicht wirklich. Bei nächster Gelegenheit penden. Das geht mit dem Ding gar nicht, nein. Ich fahr das Ding mit dem Ford. Das ist ein Ford Focuser. Das ist ein modern Ford Focuser. Das ist ein Ford Focuser. Das ist ein Ford Focuser. Das ist ein Ford Focuser. Bei nächster Gelegenheit. Verstehen wir mal. Das ist schon mal. Oh, das ist richtig, ja. Ich kann ihm einen kohlen. Das Ding rutscht nur, das Ding rutscht einfach nur, das Ding hat kein Grip. Lass mich kurz klappen. In 200 Metern links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Das Ding rutscht nicht. Das Ding rutscht nicht. Die Locking Motors? Das darf der Warn nicht fokussen eigentlich. Nein, nein, Charles. wo sie rauskriegen ok 70.000 da sind über 2 Millionen die Welt, wir können aber die machen das ist auch durch Du hast dein Ziel erreicht. Es war nur ein Rheinlachsfalt, welchen Fahrzeug ich heute gefahren will. Rennen. So, haben wir es nichts? Ich glaube es ist nichts. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Das gibt es gar nicht mit dem Wetter. Das gibt es gar nicht. Bei nächster Gelegenheit enden. Das gibt es gar nicht mit dem Wetter. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Fünf, vier, drei, 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 eins, los! Let's go. Let's go. Hey, wie geht die 500? Wer hat eingeblendet? 182 mittlerweile. Ah, jetzt nochmal. Ich wollte gerade Dings machen. Hä? Wie hieß ich? Okay. Okay. Können wir mit dem gleiche schaffen? Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ja? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hart rechts, leicht rechts, hart links, Kamm, Mittelschaff links, hart links, dann hart rechts, geradeaus, Kamm, gefolgt von leicht rechts, Mittelschaff links, Mittelschaff rechts, in Haarnadel links, in Sprung vielleicht, hart links, Harnadel rechts, vielleicht rechts, hart links, und Ziel, ich habe an neuen Rennen gearbeitet, diesmal ist es schwieriger, aber du solltest damit kein Problem haben, oder? Ah, das haben wir auch schon, das Rennen haben wir bloß noch nicht, das Rennen machen, das würde sich anbieten, das machen, dann das zu machen, nochmal, dann das zu machen, dann das zu machen, ja, woher das nochmal zweites Mal zu machen, und dann das zu machen, wir sehen, was da noch kommt, Blitzerzonen, ja, wird schwierig, wenn die Europolung haben wir da, Warte, da müssen wir auch noch Fokus fotografieren, das Ding haben wir, aber wo ich da hinten auch mal gucken will, da am Flugplatz scheinbar, dann fahren wir erstmal zu dem hier, bei nächster Gelegenheit, wenden, wir sehen, wir sehen, unsere Erfehlung, Wir sehen, besagten der mond scheint nicht und das wetter ist schlecht also sollte ich dir wohl besser etwas über straßenbelag hahnadel kurven und springer erzählen also wenn er ansagen war es beim letzten rennen auch schon so der port kommt gar nicht hinterher jaja ja jaja Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, 232, 209. Also, 0,73 Sekunden der Konkurrenz. Ah! Ich brauche eine Ferrari. Haben wir das Auto? Haben wir das Rennen auch nochmal gemacht? Gut, haben wir die beiden. Beide Kovid fertig. Das haben wir noch. Was haben wir doppelt? Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich bin zu verwirren, dass da einfach ein Linkslenker ist. Ich hätte das Ding echt eher als die Rechtslenker gehabt. Aber vielleicht eine Funktion für Forza Horizon 6, dass man einstellen kann. Das Ding vielleicht links, dass man einsteigt, dass man einsteigt, dass man einsteigt, dass alle Autos Rechtslenker sind. Das wird viel angenehmer, weil es wird super berühmt. Wir sind nicht hier auf den Straßen sogar fucking Rechtsfahrgebot. Ja, wir haben hier Rechtsfahrgebot. Mit dem Linkslenker. Du hast dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Erreicht, du haben dein Ziel. Was? Leute sprechen lernen haben bei Yoda. So. Let's go. Große Kurven, blinde Kuppen, enge Kurven und hängende Straßen. Und ich weiß, ich sag ja immer, dass du auf dem Asphalt bleiben sollst, aber wenn du diese Regel beugst, können ein paar Sekunden für dich drin sein. 5, 4, 3, 2, 1, los! Ich weiß, beim Rally schneidet man immer, wenn es möglich ist. Wird schon angesagt, wenn man nicht schneiden darf. Mittelscharf links. Mittelscharf links. In Mittelscharf rechts. Leicht rechts. In leicht links. Leicht links. In Mittelscharf rechts. Komm. Dein Mittelscharf rechts. Das ist fies. Leicht rechts. Gefolgt von Brücke. Leicht links. Leicht links. Dein Mittelscharf rechts. Mittelscharf links. Boah, ich kriege da richtig Bock, BRC zu spielen, auch nebenbei. Hart rechts. Und jetzt ein Rally. Mittelscharf rechts. Leicht rechts. Boah, der ist einfach Standard im Forza Horizon, wäre geil. Hart links. Gefolgt von Hart rechts. Hart rechts. Hart links. Hart links. Mittelscharf links. Bei Rally ist das Ding deutlich besser gefühlt ausgelöst. Mittelscharf rechts. In Mittelscharf links. Mittelscharf rechts. In Mittelscharf links. Mittelscharf rechts. Was ist 1A mittelscharf? Das war glaube ich eine Sämtbezeichnung 1A mittelscharf. Die liebste Dämpfsorte der Deutschen. Hart rechts. Hart links. Sprung. Mittelscharf rechts. Mittelscharf links. Hart links. Mittelscharf rechts. Mittelscharf links. Brücke. Wir können nicht kappen. Mittelscharf rechts. Wir haben diese Helfe zu kappen. Geradeaus. Wir können ein bisschen Weg minimieren. Vielleicht rechts. Ende der Runde. Gib alles. Nice. 3,8. Über zwei Sekunden weg. Warte, bis du siehst, was ich für dich gefunden habe. Wir werden die schnellsten Zeiten in Sierra Nueva seit Papa Fernando fahren. Weiß nicht, haben wir. Da müssen wir noch hin. Aber Pali, wir werden mal kurz gucken. Okay, das Rennen würde auch ganz einfach machen, weil es genau da rauskommt, wo wir sind. So. Na gut, ich würde sagen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mit geral. Liebe.